Nicht an die... Oha, Stacheln, komm. Tiger-Zentrale, wir sind beim Turm. Keine Sprung von Batman. Die Suche fortsetzen. Bestätigt. Suchen den Turm ab. Ich hoffe mal, die finden mich nicht. Das wäre recht schön. Unterhaltung. Na dann, werden wir mal ein bisschen unterhalten. Dankeschön. So geht's natürlich auch. Und hier rein kommt man irgendwie nicht. Na, nö. Ich muss ja hier hoch. Auf dem Turm gibt es keine Spur von Batman, Sir. Gut. Vielleicht ist er abgestürzt. Die Suche in den unteren Bereichen fortsetzen. Bestätigt Zentrale. Ich bin doch nie im Leben hier abgestürzt. Wow, wo kommt man denn hier hin? Also, ich würde es ja eigentlich leise abmachen wollen, aber na gut. Wo kommt man denn hier noch hin? Überall. Ihr dürft Batman nicht unterschätzen. Er wird versuchen, dort hineinzukommen. Er wird versuchen, euch zu besiegen. Lasst es nicht zu. Was heißt hier versuchen? Ich besiege euch. Hallo. Könnte ich den irgendwie ausschalten von hier oben? Das wäre echt toll. Ah, okay. Dann werden wir den wahrscheinlich von hier oben. Das ist ein ruhmreicher Tag. Und einer weniger. Weg, 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 weg. Uh, ich bin weg. Zack. Und wieder weg. Ist es geil, dass so viele von diesen Düngern da sind. Ah, schön. Die Helikopter fliegen nicht her. Sonst hätte ich jetzt ja echt ein übelstes Problem. Er ist in dem Raum. Batman ist mit euch da drin. Komm, komm, komm. Bitte, bitte. Seht mich nicht, bitte, sieht mich nicht, bitte, sieht mich nicht. Danke. Einer weniger. Okay, keiner guckt. Sehr schön. Hält euch alle zum Narren. Ah, wundervoll. Ah, das ist so geil, wenn die wenigstens mal nicht alle auf einen drauf gehen. Das ist toll. Und ich, ah, geil. Ich kann so schön hier rum in einem Kreis. Oh, das ist toll. Verstecken Sie sich ruhig hinter dieser Maske. Ich werde Sie von Ihrem zerschmetterten Gesicht reißen. Und der Welt zeigen, was dahinter liegt. Ah, da ist er also. Hugo. Mr. Strange. Okay. Und wieder einer. Nicht identifiziert, nicht gefunden. Keine Ahnung, was du meinst. Ich bin auch die ganze Zeit hier. Okay, es kommen also zwei da hin. Das bedeutet... Zielperson verschwunden. Zielperson verschwunden. Na gut. Und dann, äh... Werden wir die mal... Kann ich denn hängen? Aha. Sehr praktisch. Ah, es geht auch mit Kuh. Sehr wunderbar. Sehr wundervoll. Nein, 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 nein. Ah, okay. Sie gehen in die andere Richtung. Das heißt dann... Ich habe sie studiert. Ich kenne jede einzelne ihrer Techniken. Echt? Und jetzt habe ich... Hugo Strange. Sie besieht. Nein, nicht ganz. Ich bin ja direkt hier. Alles... Ist... Okay. Das war... Schön. Kein einziger Schuss ist gefallen. Also zumindest nicht so richtig. Vielleicht möchten Sie hier sterben, Mr. Wayne. Das ließe sich einrichten. Aha. Aha. Gibt es denn hier noch irgendwo... Na, ab jetzt. Sieht der mich nicht, oder was? Ich bin doch genau hier. Ja, genau. So. Ich auch noch. Scheiße. Damit das klar ist. Sie können mich nicht besiegen. Ich bin unantastbar. Hallo. Wie viele von den... Faden... Ui... Gofem... Arif... Shah... Oh. Sie haben nicht gewonnen. Sie können nicht gewinnen. Ich, Hugo Strange, bin ihr Nachfolger. Ich habe Gotham gerettet. Nicht wirklich. Das ist immer aber ganz schön aggro hier. Oracle, schalte hier alles aus. Mit Vergnügen. Du hast alles ruiniert. Ich diesen Typen hasse. Nehmen Sie Ihre Hände weg. Sehen Sie, was Sie getan haben. Ist großartig, nicht wahr? Ja? Ja. Sie sind erledigt, Strange. Ich habe mächtige Freunde, Batman. Das ist erst der Anfang. Niemand wird mich aufhalten. Schon bald werde ich Armeen befehligen, die ihr euch nicht mal vorstellen könnt. Ich habe erreicht, was der große Batman nie erreichen konnte. Ganz Gotham wird mir danken. Mir, Hugo. Strange! Kennen wir das Ding nicht? Ihr Auftritt ist jetzt beendet, Professor Strange. Wieso? Ich habe getan, was Sie wollten. In der Tat. Sie haben deutlich gezeigt, dass Sie Batman in jeder Hinsicht unterlegen sind. Lass ihn sterben, Detective. Er war deine Marionette, Ross. Wieso? Sie sagten, ich würde Ihr Nachfolger. Das war unsere Vision. Und Sie haben es nicht zu Ende gedacht. Aber. Als Sie kamen, um mir Batmans Identität zu verraten, gab ich Ihnen die Chance, Ihren Wert unter Beweis zu stellen. Und nicht nur das, sondern auch unbegrenzte Ressourcen für Ihren Plan. Sie sind dem Ziel sehr, sehr nahe gekommen. Und dennoch haben Sie mich enttäuscht. Er wird sterben, Ross. Er braucht Hilfe. Und zwar sofort! Tu, was du willst, Detective. Für mich ist er längst tot. Ich bin so nah dran. Geben Sie mir etwas mehr Zeit. Zu spät. Keiner erhält von mir eine zweite Chance. Das ist ein guter Tag, Detective. Gut? Es werden Menschen sterben. Die Welt vermisst sie nicht. Wieso solltest du es tun? Betrachte mein Werk. Du magst Strange besiegt haben. Aber das, das ist nur der Anfang. Komm mit mir. Gemeinsam werden wir diese Welt bereinigen. Niemals! Du irrst dich, Ross. Du bist zu dem geworden, was du bekämpft hast. Und ich werde dich aufhalten. Ha, 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 ha. Das bezweifle ich. Computer, aktiviere. Protokoll. Elf. Was tun Sie da? Zugangscode. Wayne. Was passiert jetzt? Ja, genau. Riesengroß. Oh, bitte nicht feilen jetzt. Was passiert jetzt? Wow. Hallo, die Waldfee. Und da liegt er. Bruce, alles in Ordnung? Der Turm ist explodiert. Naja. Ich hab's gemerkt. Ein Glück, dir geht's gut. Ra's al Ghul war die geheimnisvolle Macht hinter Hugo Strange. Das alles war Teil seines Plans. Machst du Witze? Wo ist er jetzt? Sagen wir's so. Er wird einen Ausflug zur Lazarusgrube brauchen. Hallo? Ist er gemerkt? Ich wusste es. Ich melde mich später. Es passiert gerade was. Jedes Mal. Hallo, Batman. Ich weiß, dass du mich hörst. Hoffentlich habe ich keinen schlechten Zeitpunkt erwischt. Ich hatte solche Angst davor, dass du mich vergessen könntest. Sieh dir mal deine Freundin an. Wie du sehen kannst, läuft sie Gefahr, ihr hübsches kleines Gehirn, überall auf dieser Kamera zu verteilen. Ignorier ihn, Liebster. Lass ihn sterben. Ha, wie romantisch. Das Blöde daran ist nur, dass es mir nie besser ging und du mich einfach nicht ignorieren kannst. Oder doch? Hör zu, Batman. Ich stelle für dich eine kleine Show auf die Beine. Ich schon wieder. Das wird der absolute Hammer. Ein echter Straßenfeder. Du solltest dich aber beeilen. Lässt du dir zu viel Zeit, liegt die Hauptdarstellerin nachher noch tot in ihrer umkleiden Kabine. Ja, es ist jetzt ungünstig. Wo müssen wir denn hin? Nicht schon wieder so ein dämlicher. Alle Flugeinheiten sofort umkehren. Angriffe abbrechen und sofort zur Basis zurückkehren. Wiederhole, sofort zur Basis zurückkehren. Okay, wie finde ich jetzt dieses verkackte Signal? Ah, da. Und schon weiß ich wieder, wo es lang geht. Wui. Ich hätte natürlich auch gleich diesen Speed-Dings benutzen können, aber... Special. Zwei Stimmen zum Preis von einem. Ach du meine Fresse. Oh verdammt. Oh verdammt. Okay. Also jetzt muss ich wahrscheinlich erst mal diesen einen Sniper hier, der ganz weit weg ist. Oh. Bitte, bitte niemand schießen. Boah, ich hasse diese Typen. Höp. Hallo. Wurde ihn doch bitte ausschalten jetzt. Dankeschön. Ich muss nämlich erst mal die ganzen Sniper hier wegbekommen. Es ist ja wach. Unter aller Sau. Okay. Deine Herzen starbe wartet. Der guckt nach unten. Scheiße, der hat mich beischt. Fuck. Oh, müssen die Ohren in den Momenten gucken, wenn ich da lang gehe. Es ist so im Kotzen. Solltest du nicht eigentlich stehen und versuchen, mich aufzuhalten? Irgendwie hasse ich diesen Clown mittlerweile. Es ist wirklich... Bäh. Er hat bessere Leute als dieser Hugo-Typ. Im Grunde. Der hat viel mehr. Ich glaube, bei dem bin ich meistens immer gestorben. Na gut. Versuch Nummer 2. Hör zu, Batman. Ich stelle dir eine gleiche. Schau. Bla. 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 Es wäre schön, wenn ich jetzt mal endlich mal ins Spiel reinkäme. Aber nein. Wieso lädt denn das immer so lange? Wundervoll. Rottungssignal aktiviert. Hoppala. Alle Flugeinheiten sofort umkehren. Angriffe abbrechen und sofort zur Basis zurückkehren. Wiederhole, sofort zur Basis zurückkehren. Oh, da ist ja was. So. Seit wann ist denn bitte ich... Wieso habe ich denn das eigentlich übersehen? Okay. Wo bin ich jetzt eigentlich? Und wieso habe ich die Zeit nicht? Na gut. Alles, was so circa auf dem Weg ist, das kann ich ja... Schatzanwalt. Zwei Stimmen. Coffin City. Da hinten. Nein. Vielleicht da hinten. Auch nicht. Vielleicht da hinten. Auch nicht. Naja, okay. Ich finde es irgendwann mal irgendwo noch. Und es steht ja sowieso alles auf der Karte. Hm. Wie mache ich denn das mal? Es ist so. Du scheinst nicht ins Kino zu kommen. Und es würde mir gar nicht gefallen, wenn du dir im Internet wieder all die Spoiler durchliest. Wie viele von diesen Scharfschützen sind denn hier? Okay. Ich könnte... Ich werde mich von ganz außen nach ganz innen da reinarbeiten. Was ist denn das eigentlich? Ist das eine Kamera? Und wieso... Jetzt. Hm. Ah. Jetzt weiß ich, warum es manchmal rumspackt. Ich muss das deaktivieren, damit das immer andere Sprachen... Was ist die große Prämie nach, Batman? Wurdest du aufgehalten? Schwing deinen süßen, kleinen Hintern ins Kino. Zufahrt! Und einer weniger... Wow. Wie ging denn das jetzt? Sieh mich ja nicht. Genau. Wunderbar. Und... Noch einer weniger. Also die Sache mit dem Vorsprung ausschalten ist... Oh, scheiße! Hört mich das an. Bis dahin! Nein, 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 nein! Fuck! Okay, das nächste Mal, wenn ich sowas mache, dann gucke ich hinter mich. Alter, das ist ja brutal. Aufstehen, Batman! Kackte Sniper! Hey, du siehst gar nicht gut aus. Ich dachte, die Nahkampftypen wären extrem schwierig. Aber nein. Das sind ja die. Ob der Ras überhaupt noch ein paar Meter weiterlaufen kann. Weil das sieht mir doch der Weg und ziemlich tot aus. Irgendwie. Und die hat diesen komischen Knopf nicht mehr an der Seite. Diesen... Hellsender, naja. Dumm, di dumm, di dumm, di dumm, di dumm. Hoffentlich geht's jetzt mal ein bisschen schneller mitladen. Na komm! Hey, hab doch nicht ewig Zeit. Ich sollte mir demnächst wirklich mal die Uhrzeiten besser einprägen, wann ich anfange und aufnehme und wann nicht. Hm. Alle Flugeinheiten sofort umkehren. Angriffe abbrechen und sofort zur Basis zurückkehren. Nein. Wiederhole sofort zur Basis zurückkehren. Hopp. Beide Richtung. Hey, da ist ja was. Kommt man da eigentlich hin? Gleich mal testen. So, was könnte man denn hier Feindes aktivieren? Ach ne, das hatten wir ja schon. Hehe. So. Also nochmal. Diesen einen Sniper, der... ziemlich weit unten war. Genau. Diesen von hier hinten krieg ich relativ fix tot. Das dürfte auch gehen. Oh oh. So, okay. Dann gehen wir jetzt mal weg hier. Oh. Oh man. Kackte Sniper. Oh, was ist denn hier los jedes Mal? Diese Deppen. Jetzt hat's nicht so gut funktioniert. Warte mal. Wieso? Weil er mal wieder nach oben gekommen ist. Okay. Wo ist der andere? Muss auf... Ja, genau. Den Sniper da oben muss ich als erstes mitnehmen. Nehme ich fast schon stark an. Okay. Wie wäre denn das mal am blödsten? Ich glaube, selbst der Sniper hier ist fehl am Platz. Okay. Werden wir den jetzt erstmal vorsprungmäßig ausschalten? Was macht Batman hier? Ja, ja, komm. Weg geht's. Bewegung. Fuck, man. Okay, ich muss das anders machen. Witz, wenn du nur wüsstest, was ich vorhabe zum Sterben gut. Dann machen wir es jetzt so, dass ich hinter mir nie mehr Gegner habe. Das könnte dann wahrscheinlich besser funktionieren. Na gut. Versuch Nummer drei. Ne, vier jetzt mittlerweile schon, glaube ich. Oh, das ist so scheiße. Oh man. Und das muss ich gleich wirklich dran. Es gibt kein Medium, das einen bestraft, wenn man schlecht ist. Man kann nicht schlecht sein, wenn man ein Buch liest. Einfach das Buch dann weiterlässt. Oh man. Oder einen Film angucken. Das ist auch gar nicht so, gar nicht so schwer. Aber nee, sobald man ein Spiel spielt und man scheiße ist, bestraft das einen pausenlos. Naja, wir machen jetzt erstmal kurz eine kleine Pause und danach geht's ja weiter. Also dann, ciao, ciao.